An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei eurer 112. Folge des Dysonaut-Podcastes. Hauke, wir haben einen Gast auf die Station gebeamt bekommen. Soll ich dir mal sagen, wer es ist? Ich kann ihn nicht erkennen. Du kannst ihn nicht erkennen? Ich dachte, das sieht anders aus. Von der Stimme her würde ich auch sagen, wenn man ihn sieht, würde man nicht glauben, dass er es ist. Ich war fest überzeugt, dass er lange Locken hat. Hast du das auch gedacht? Ja. Ja. Ich auch. Das ist ja absolut krank. Eigentlich habe ich gedacht, Hauke, wir begrüßen unseren liebsten Gast mit Dingen, die wir bei Monkey Island gefunden haben. Wo wir uns gegenseitig Schimpfwörter an den Kopf knallen und ein ordentliches Piraten-Duell machen. Aber ich glaube, das lassen wir. Weil ich schätze, ich kann nur verlieren gegen so ein Probe. Ja, ich glaube, ich... Ach so. Nee, also ich kenne das Spiel noch nicht mal. Monkey Island? Oh mein Gott. Jetzt gibt es einen Shitstorm. Jetzt gibt es einen Shitstorm. Okay. Von daher herzlich willkommen auf der Station, herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern gekommen. War zwar ein weiter Weg, aber ich habe es geschafft in den Orbit. Ja, aber du kannst ja ein paar Tage bleiben und so weiter, nutze die Replikatoren, also... Ich habe auch genug Rum mitgenommen, also könnte noch ein paar Wochen draus werden. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Fabian, für alle, die dich nicht kennen, von der Stimme her vielleicht, vielleicht hat der eine oder andere schon mal mit dir auf irgendeiner Messe schon mal was zu tun gehabt. Aber vielleicht erklärst du den Leuten da draußen einfach mal, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, ich bin der Seeräuber-Opa Fabian, meist genannt, von Freebooter Miniatures, hier heute im Auftrag. Ja, was mache ich da? Weiß ich manchmal selber nicht? Nein. Ja, ich bin mit im Entwicklerteam, kümmere mich um Social Media und Webpräsenz bei Freebooters und ja, habe so einen engen Draht dann auch zur Community, bin im Support-Bereich dann da tätig, also quasi der Deckschrubber, würde ich mal behaupten. Ja, nicht nur, dass du bei Freebooters auch so ein ziemlich gewichtiges Menschlein bist und machst und tust und machst ja auch ganz viel auch bei YouTube zum Beispiel für Freebooters, sondern ihr habt ja auch einen wunderbaren Podcast gemacht. den hast du gerade vergessen zu erwähnen. Ja, ich hoffe, das Gewicht dich spielt nicht auf mein Gewicht ab. Er gibt immer gute Futtern unter Deck. Ja genau, also bei Freebooters machen wir auch regelmäßig Livestreams natürlich, um ein bisschen mit der Community zu schnacken, die News vorzustellen. Wir bereiten ein paar Videos vor, also das wird jetzt auch in Zukunft mehr. Ich nehme jetzt öfter mal die Kamera mit. Jetzt Ende April bin ich zum Beispiel in Aschaffenburg auf dem Turnier, bei Asgard Aschaffenburg auf dem Freebooters Turnier nehme ich die Kamera mit. Da gibt es dann so einen kleinen Vlog überall auf Facebook, Instagram, YouTube und so. Genau, aber du meinst den Podcast, genau, den mache ich ja nicht von Freebooter Miniatures aus, sondern vom Tablepot tatsächlich, auch wenn wir da viel über Freebooters reden. Ja, genau. Ja, vielleicht hört man da, vielleicht kennt man da meine Stimme her. Gesichtern wahrscheinlich eher von Freebooters von den Messen oder von Demo Tagen und Spielen, genau. Ja. Hauke sagt immer, das ist eigentlich ganz gut, dass wir einen Podcast machen, weil unsere Gesichter möchte man, glaube ich, gar nicht im Video sehen. Oh, jetzt hat doch zwei hübsche junge Männer. Oh, Hauke, hast du das gehört? Im besten Alter. Das geht ja runter wie Öl, doch. Ja, das war so grob gelogen, echt. Das war so grob gelogen, ey. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fabian, ihr habt ein neues Produkt für Freebooters Fade rausgebracht. Einige Leute von euch da draußen haben es schon, und zwar es geht um die Kampagnenregeln. Und jetzt sag doch mal ehrlich, warum erst jetzt? Nach, ich weiß nicht, zwei Editionen, unzähligen Mannschaftsbüchern, unzähligen neuen Figuren. Warum jetzt gerade Kampagnen? Die hätten doch viel früher kommen müssen. Ja, da fragst du nämlich genau den Richtigen, weil ich persönlich bin eigentlich so gar kein Kampagnen-Spieler tatsächlich. Deswegen, aber kommen wir bestimmt nachher noch drauf zu, war die Entwicklung eigentlich recht interessant. Ja, warum erst jetzt? Habe ich mich auch schon gefragt, weil die alteingesessenen Werner, Franz und Jochen und Hendrik aus dem Entwicklerteam, die sind eigentlich Kampagnen-Spieler. Die haben früher More Time gespielt und was es alles gibt. Und klar, wir haben vorher schon gesprochen, du hast auch schon mal erwähnt, es bietet sich eigentlich total gut an, bei Freebooters Kampagnen-System draus zu machen. Ja, irgendwann hat einer den Stein ins Rollen gebracht und hat gesagt, jetzt brauchen wir ein Kampagnen-System auf jeden Fall, weil die Community auch geschrien hat. Bei Freebooters ist das so, wenn die Community schreit, dann hat die Crew zu gehorchen, sag ich mal. Und dann wird alles in Bewegung gesetzt. Und dann ging es halt los mit dem Entwickeln, ne? Ich finde es schön, dass es überhaupt jetzt mal Kampagnen-Regeln gibt für Freebooters Fade, weil gerade dieses Spiel ist ja prädestiniert, um überhaupt Kampagnen irgendwie zu machen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mit den alten Büchern haben wir schon mal so langsam angefangen, so eine Kampagne zu machen, ja. Aber ich glaube, ihr habt euch da noch ein paar mehr Gedanken zu gemacht und habt euch, glaube ich, da so ein bisschen auch wirklich dann Hirnschmalz einfließen lassen, um das Ganze auch dann wirklich für alle Leute passend zu machen. Und ich bin sehr gespannt und ich spreche jetzt einfach mal für Hauke mit, dass wir heute über dieses Thema reden und dass wir dann dementsprechend auch über die Hintergründe einfach mal schauen, wie ihr dazu gekommen seid, ein Kampagnen-Regel-System zu schreiben und was uns dann auch erwarten wird. Und von daher schauen wir einfach mal. Hast du denn schon mal vorher irgendwie Kampagnen für Freebooters mal geleitet, ohne dass es bisher Regeln gab? Nee, für Freebooters selbst keine Kampagnen geleitet, was wir schon mal gemacht haben. Ja, kleine Turniere sehe ich dann eher so als Mini-Kampagnen. Ja, ja. Nee, sehe ich eigentlich nicht als Mini-Kampagnen an, weil für mich heißt eine Kampagne immer, ähm, Charaktere auf jeden Fall weiterentwickeln. Mhm. Bei einer gewissen, ähm, Ruhmpunkte-Differenz, der darf fürs nächste Spiel einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand mehr mitnehmen, zum Beispiel. Oder vielleicht einen Charakter noch mehr mitnehmen. Mhm. Ja, aber nee, selber hat nicht gespielt und, ähm, groß gehört, dass das jemand, äh, gemacht hat, hab ich das auch nicht. Deswegen war es ja an der Zeit, dass mal ein offizielles Kampagnen-System rauskommt. Ja, das war vorher nicht irgendwie provokativ gefragt oder so. Das war wirklich, wirklich ernsthaft gefragt, ne? Freebooters Fate ist für mich ein Spiel, was mit einer Kampagne eigentlich vorher hätte ausgeliefert werden müssen. So. Ich glaube, so kann man das sagen. Und das schon seit der ersten Edition, finde ich. Ja, genau. Also Freebooters zeichnet ja auch aus. Das ist ja ein Skirmisch-System, wer es nicht kennt. Ähm, und jeder Charakter ist da einzigartig. Ähm, hat eine eigene Hintergrundgeschichte, ähm, die Hintergrundgeschichte und die Eigenarten des Charakters spiegeln sich in den Regeln wieder. Und du kannst jetzt mit der Kampagne zum Beispiel, ähm, aus einem Kuskriti, ähm, Bruderschaftler, der, der eher fürs, fürs Messerdeutschen, ähm, geeignet ist, kannst du, oh, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, den kannst du dann hinterher zum, ähm, ja, zum Messerwerfer ausbilden. Ah. Zum Beispiel, du kannst, ähm, Karrieren starten mit deinen Charakteren und deine Lieblingscharaktere, äh, weiterentwickeln, vielleicht in eine andere Richtung weiterentwickeln, aus deinem Lieblingscharakter vielleicht später einen Anführer machen. So, diese Möglichkeiten hast du in deinem Kampagne. Mhm. Mhm. So mal grob angerissen, ne? Ja, was wir da nachher mit machen können, ähm, da gehen wir nachher mal drauf ein. Du hast das Buch bei dir liegen, äh, du hast die Karten bei dir liegen, äh, das heißt also, wir können heute einen detaillierten Einblick drauf nehmen, ähm, was ihr da so gemacht habt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wenn ich mir so überlege, so eine, ähm, Kampagne innerhalb eines Turnieres gehört natürlich wahrscheinlich relativ viel dazu, dass man das organisiert. Also, das ist ja nicht mal eben so, äh, komm, wir machen irgendwie fünf Missionen oder so und jeder spielt irgendwie eine dieser fünf Missionen und hat vielleicht auch sogar noch die Möglichkeit, auf diese einzelnen Missionen drauf einzuwirken. Ähm, da ist es wirklich einfacher zu sagen, wir spielen einer gegen einen und dann geht auf den nächsten Tisch und das hat keine zusammenhängende Geschichte im Prinzip. Mhm. Ähm, habt ihr versucht, dass... Diesem Gedanken, dieses, wir bauen verschiedene Missionen zu einer großen Geschichte zusammen, mit in dieses Buch quasi hineinzupacken? Quasi schon. Ich kann ja einfach mal, einfach mal die Kampagne erklären. Ich glaube, dann ergeben sich die ganzen Fragen, äh, von alleine. Genau. Also, erstmal ging's natürlich drum, wenn wir ein Kampagnen-System machen, es gibt natürlich andere Hersteller, die Kampagnen-Systeme haben. Ähm, ähm, man will ja auch nicht großartig was abkupfern, das heißt, wir brauchen irgendwas in diesem Kampagnen-System, was uns, äh, von anderen abhebt. Und das haben wir, äh, denke ich, geschafft durch die Phase der Kampagne, die nennt sich Kundschaften. Also, ich kann ja mal erklären, es gibt bei der Kampagne, äh, vier Phasen, die man durchlaufen muss. Einmal natürlich den Beginn, Voraussetzungen und, äh, das Vorbereiten der Kampagne, Mannschaft ausheben und so. Und dann, äh, kommt die Phase des Kundschaftens, da geht es drum, äh, Gebiete zu erobern. Geh ich gleich nochmal genauer drauf ein. Dann kommt die Klopperei, das ist quasi das eigentliche Spiel, was dann stattfindet. Und danach kommt die Abrechnung. Also, äh, man muss gucken, ob man, ähm, Erträge erwirtschaftet hat, ähm, Ruhm geerntet hat. Man muss den Unterhalt für seine Mannschaft bezahlen. Ähm, wir schauen nach, ob es ernsthafte Verletzungen gibt und ob wir unsere Charaktere weiterentwickeln können. Also, ob wir einen Aufstieg machen können, ob wir die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, in neue Rekruten investieren können, zum Beispiel. Es sind so grob die vier Phasen, die dann, äh, jede Runde ablaufen. Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ähm, ja, mit was für einer Mannschaftsgröße, äh, mit wieviel Spielern können wir überhaupt, äh, nachdenken, so eine Kampagne zu starten. Da haben wir uns auch natürlich viele Gedanken drüber gemacht. Und prinzipiell soll eigentlich jeder, der ins Hobby einsteigt, bis hin zum Veteran die Möglichkeit haben, eine vernünftige Kampagne spielen zu können. So, und wie kann man das natürlich am besten machen? Bei Freebooters gibt's, wenn du einsteigen möchtest, ich denke mal, ihr habt auch schon auf der Webseite mal geschnuppert, da gibt's ja unter anderem ein Kumpel-Deal oder ein Starter-Deal. Das ist immer ein Regelbuch, ein Karten-Set und eine Mannschaft, ein Starter-Set einer Mannschaft. Da sind immer vier Charaktere drin, ein Anführer, ein Spezialist und zwei Gefolgsleute. Das sind roundabout 230 bis 250 Dublonen. Also, für alle, die damit nichts anfangen können, die Punktgröße halt, die man spielen kann. Und ein Standardspiel bei Freebooters, ähm, liegt bei 500 Dublonen. Jetzt soll natürlich niemand gezwungen sein, äh, die Mannschaft auf 500 Dublonen auszubauen. Das heißt, man kann natürlich mit 250, 200 Dublonen von mir aus auch, äh, anfangen, äh, die Kampagne zu starten. Dann hat jeder vier, fünf Figuren, die er dann zusammenzubauen und anzumalen hat. Oder kann, ne, gibt's ja auch bei Mahlfaule. Und dann könnt ihr schon loslegen. Ihr könnt aber auch direkt mit 500 Dublonen-Mannschaften anfangen. Dann, ja, habt ihr natürlich, äh, mehr Charaktere auf dem Tisch, äh, mehr verwalten, ähm, könnt mehr Charaktere aufsteigen lassen, habt eine größere Auswahl. Mhm, supergeil. Hauke, wie klingt das für dich als, ähm, Freebooters-Fate-Neuling, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen? Also, ich, ich bin die ganze Zeit sprachlos und krieg den Mund gar nicht mehr zu, ähm, wir hatten ja im Vorfeld ja darüber gesprochen, dass, dass ich ein einziges Freebooter-Fate-Spiel mal gespielt hab, unser, unser Spiel damals, äh, mit den, mit den Tintenfischen, die wir auf die Dächer geschmissen haben da, und, ähm, hat sehr viel Laune gemacht. Ansonsten kenne ich Freebooters-Fate nur aus dem Podcast, also nicht aus unserem, aber aus allen möglichen anderen Podcasts, äh, Flaschenpost weißer Geier was, und so weiter und so fort. Und mir war natürlich klar, dass es eine Turnierszene gibt, aber ich war davon fest ausgegangen, dass es auch Kampagnenregeln gibt. Ich dachte genau, dass, 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 was die Räupe-Opa Fabian gerade erzählt, schon fester Bestandteil des Spieles ist, ne, so, so ein bisschen Mordheim-Nikromunda gedacht halt, mit diesem, äh, Gang-Unterhalt und so, oder Banden-Unterhalt. Ähm, ja, aber dann, dann ist jetzt ja alles gut halt, so. Also, hört sich super an. Also, ähm, es, es klingt so, als, äh, ähm, als wenn ich so zwei Sachen habe, die unbedingt zueinander müssen. So wie Toastbrot und Nutella zum Beispiel. Oder, ähm, Pommes und Mayo. Oder, äh, ne, Curry und Wurst. Also, weißt du, so solche Geschichten. Deswegen verstehe ich euch nicht und ich bin euch so dankbar, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und bitte, äh, Fabian, richte dem ganzen Team aus von wegen so. Warum erst jetzt und vielen Dank dafür. Obwohl ich das noch nicht habe. Ich bin, so wie Hauke sagt, ich bin echt gehypt, weil das ist genau das, worauf ich eigentlich lange Zeit gewartet habe. Ja, das hört man doch gerne, ne. Gebe ich natürlich an die, an die Crew und an den Käpt'n weiter, an das ihr drauf gewartet habt. Ihr seid ja auch nicht die Einzigen gewesen. Es gab ja immer mal wieder Spieler, die gesagt haben, aber eigentlich müssen wir hier vernünftige Kampagnenregeln haben. Mach doch mal fertig. Ne, und ich denke mal, jeder weiß, wie es ist mit einem kleinen Team, äh, und wenig Kapazitäten. Dann brauchen wir halt ein bisschen länger, aber jetzt ist es da. Ja, und auch deswegen mit viel Liebe gemacht, so wie ihr eure anderen Produkte im Prinzip ja auch mit viel Liebe gemacht habt und immer noch macht. Von daher, äh, gehe ich immer noch davon aus von wegen so, ähm, ich muss keinen großen Blick reinwerfen in das Produkt. Ich weiß, dass es einfach ein super Produkt wird und deswegen ist es einfach blind gekauft worden von mir. Und, äh, wenn ich an das Spiel denke, Hauke, was wir gemacht haben, den einen Samstag da, ähm, wir haben wirklich, ähm, Tintenfische gejagt. Jeder musste im Prinzip, hatte Tintenfische damit bei und musste die in die Häuser reinwerfen von den anderen, damit dann irgendwelche Sachen gestohlen werden sollten von den Tintenfischen und so. Das war eine richtig geile Mission und, ähm, ich glaube, Hauke, damit hab ich dich so ein bisschen gehuckt. Kann das sein? Auf jeden Fall. Was, was, was ich ganz herausragend fand von dem Spiel, aber auch von dem allen, was ich sonst so höre, ist halt, dass, äh, Freebooters Fate, ähm, wirklich mit dem Augenzwinkern und leicht comicartig überzeichnet ist halt. Und, äh, es ist halt nicht, äh, Death, äh, Mataya of Doom, Armageddon, äh, Holocaust, sondern es ist einfach auch mal was Lustiges, ne? Und, äh, man darf ja auch mal was Lustiges spielen halt. Und das, das, das passt wie Arsch auf einmal halt. Also soll ich, 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 es stand für mich von vornherein fest, dass es da Kampagnenregeln zu geben muss halt, ne? Und als ich das jetzt gehört hab, dass ich erst jetzt dazukomme, äh, Wahnsinn. Aber auch da muss man natürlich sagen, dann echt gut Ding will Weile haben und dann lieber was Vernünftiges machen, als irgendwelchen Schrott zusammenzimmern und dann hier aus Nordicam vertreiben, ne? Also, deswegen, also Hauke hat schon einen Teil mitgekriegt, was du gerade nämlich dann erzählt hast, Fabian, in diesen einen Part, ne, von diesen vier Phasen im Prinzip dann in der Kampagne, die Klopperei. Die hat Hauke schon kennengelernt. Ähm, ich hab gnadenlos auf die Fresse gekriegt, muss man ganz ehrlicherweise sagen, von Hauke. Also, der hat die besseren Karten gezogen als ich und, äh, hat das Spiel wahrscheinlich besser verstanden als ich. Aber, ähm, von daher, wir gucken einfach mal weiter. Fangen wir doch einfach mal an, ähm, du hast gerade so die ersten vier Sachen erzählt, mit, wie wir in so eine Kampagne starten, mit den verschiedenen Dingen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, lass uns den Prozess doch einfach mal, ähm, durchlaufen. Wir wollen eine Kampagne starten. Okay, wir wollen eine Kampagne starten. Wir holen uns alle drei, äh, wir suchen uns eine Mannschaft aus und holen uns eine Starterbox. Dann sind da vier Modelle drin. Dann kommen wir so ungefähr auf die gleiche, gleiche Punktzahl. Ist ja auch egal, die zehn oder fünfzehn Dublonen, die der andere mehr hat, die holen uns halt bei der Klopperei wieder, ne? Ganz klare Kiste. So, ähm, dann legen wir natürlich erstmal fest, wie lange soll die Kampagne dauern? So, jetzt sind wir zu dritt, ähm, wir schlagen vor, sodass jeder einmal gegen den anderen gespielt hat. Sollte reichen, jetzt sind wir nur drei Stück, dann können wir ja quasi sagen, dass jeder, äh, zweimal gegen, gegen jeden gespielt hat. Dann haben wir eine ordentliche Anzahl an Spiele, dann haben wir die Möglichkeiten gehabt, die Charaktere zu entwickeln oder, ähm, genügend Gebiete zu erobern, um unseren Ruhm und Reichtum einfach zu steigern. Ähm, und dann sollte, sollte das so circa drei Monate dauern. Wenn man so alle ein bis zwei Wochen ein Spielchen hinkriegt, ist das eine angenehme, angenehme Zeit. Hat ja auch nicht jeder von uns mittlerweile, äh, jeden Tag Zeit. Die Zeit ist kostbar. Ähm, dann sollte man keine, weiß nicht, 16 Spieler großen, äh, Kampagnen anlegen, die über mehrere Jahre gehen und dann kann da eine nicht oder zieht um und, ja. Gut, das kennt man ja auch aus anderen Kampagnen, ne? Ja. Also, das machen wir nicht. Wir starten einfach mit 250 Dublonen und dann, ähm, gibt's Ziele, die man erreichen kann. Ähm, Ziele, äh, gibt's hier als Karten im Kartenset tatsächlich. Da bin ich natürlich bestens vorbereitet. Ich muss ja eben suchen. Irgendwo gibt's Ziele. Genau im anderen Stapel. Ähm, genau, die muss man dann erreichen. Äh, unter anderem sowas wie die meisten Gebiete erobert oder die meisten, ähm, Aufstiege. Oder es gibt auch so Ziele wie die wenigsten Charaktere angeheuert, ne? Man kann ja seine Karriere so gestalten, dass man zwar wenig Charaktere anheuert, aber die, die man hat, total auspowert, ne? Mehrere Karrieren durchläuft, ähm, ja, und der andere geht dann eher auf, ähm, die, ähm, Quantität, äh, kauft viele Charaktere ein, heuert viele Charaktere an, was eben dann einen gewissen Vorteil beim Kundschaften, ähm, gewährt. Da kommen wir dann gleich zu. Ähm, ja, und manche, was gab's noch für Ziele? Ich glaub, die reichen erstmal, die Ziele. Es gibt, es gibt, wie viel gibt's? Müsste ich nochmal genau nachgucken. Gibt auf jeden Fall einige Ziele, die man erreichen kann. Genau, die legen wir dann fest. Mhm. Und dann gibt's auch noch immer optionale Regeln, die man machen kann, um das ein bisschen zu vereinfachen. Ich bin ja dann immer der, der das vereinfacht, aber wir wollen ja das, äh, das, äh, Große und Ganze hier heute einmal kennenlernen. Das heißt also, diese Ziele, die picke ich mir vorher raus oder ziehe ich die verdeckt? Ähm, ja, das ist wieder, mach dein eigenes Spiel draus, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt's verdeckt ziehen und dann offen auslegen. Ihr könnt auch einfach welche bestimmen. Ähm, es gibt dann quasi hier, ähm, Vorgaben und, und Vorschläge, wie ihr die Kampagne gestalten könnt. Mhm. Ihr könnt die Ziele auch selbst definieren. Ihr müsst nicht die vorgegebenen nehmen, zum Beispiel. Ah, okay. Das heißt, ich hab aber keine Blankokarten drin, wo ich dann solche Ziele aufschreiben kann, zum Beispiel. Nee, Blankokarten nicht. Okay, alles klar. Nee, das nicht. Genau. Während wir Hauke, äh, weitersuchen, kann ich ja nochmal ein paar weitere Ziele der Kampagne erklären. Ja. Ähm, ich hab nämlich die Karte grad gefunden, das ist nämlich nur noch eine Karte. Wir haben es nämlich, komm ich gleich noch drauf zu, im Tabletop-Simulator, äh, durchexerziert während der Corona-Zeit, weil wir uns ja nicht treffen konnten. Ähm, es gibt zum Beispiel den längsten Straßenzug, wäre ein Ziel. Denn die ganzen Gebiete und Orte, die man erobern kann, die sind dann, äh, in Straßenzügen kategorisiert. Also es gibt, äh, mehrere Orte aus dem Dschungel, zum Beispiel. Mhm. Wenn man, oder mehrere Orte aus dem Armenviertel. Und wenn man dann nicht nur einen Ort hat, sondern zwei oder drei, dann kriegt man bestimmte Boni. Mhm. Ja, und, ähm, ein Ziel in der Kampagne wäre zum Beispiel, den längsten Straßenzug dann zu haben. Ja, dann, ähm, hast du später beim Kundschaften, wenn du weißt, was der andere für ein Ziel hat, kannst du zum Beispiel darauf achten, ihm das, das Ziel der Kampagne dann zu, zu verwehren, in dem Straßenzug, äh, streitig zu machen. Ist vielleicht jetzt noch ein bisschen, äh, unverständlich, kommen wir aber gleich zu, wenn wir die, die, ähm, Kundschaftenphase erklärt haben. Ja, klingt für mich gerade so, in so einem Moment so, ähm, keine Ahnung, ich hab die längste, äh, ähm, Strecke meiner Figuren auf, auf einer Straße quasi, äh, gemacht. So. Äh, erklär ich gleich nochmal genau, man kann's ungefähr so wie, äh, bei Monopoly. Da gibt's ja auch unterschiedliche, äh, Straßenzüge, unterschiedliche Farben, ne? Und wenn du, je mehr Häuser, nee, wie war das, waren das Häuser? Nee, Straßen waren das, ne? Äh, Straßen und Hotels. Genau. Wenn du mehr Straßen... Von einer Farbe hast, kriegst du auch irgendwie Boni, ne? Oder kannst mehr Miete nehmen. Ja, so ähnlich. Ich glaub, wir machen weiter bei den grundlegenden Begriffen. Denn ich hab jetzt schon, äh, ein, zwei Dinge erklärt. Ja. Und, ähm, ich, ähm, ich sehe die ganzen Zuhörer, die ganzen Dice und Nauts, die da sitzen und sich denken, was, was redet der gute Mann da eigentlich? Ähm, ähm, es gibt Grundbegriffe wie Ansehen, ähm, ernsthafte Verletzungen, Kampagnenrunde, Karriere, Ruhmpunkte, allgemeine Ruhmpunkte und persönliche Ruhmpunkte. Und die sollte man vorher einmal ganz kurz erklärt haben, äh, damit ihr uns noch weiter folgen könnt. Ja. Ähm, das Ansehen ist, das ist quasi die Reputation einer Mannschaft, ne? Ihr Ruf und die Achtung, ähm, die du in, äh, in Longfall bei den ganzen anderen Mannschaften genießt. Mhm. Und, ähm, das gesamte Ansehen der Mannschaft, das ist die Summe aller, äh, Heuerkosten der Charaktere. Mhm. So, Heuerkosten sind quasi die Punkte, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, musst du eine Mannschaft anheuern, sind ja auch Piraten. Äh, genau, das Ansehen ist die ganze Heuer der Charaktere plus die ganzen Ausrüstungen. Dann kann man noch, äh, Berater anheuern, äh, während der Karriere. Die haben da so ein bisschen weiterhelfen. Es gibt Loas, also wer dann, äh, Mystiker einsetzt, die können dann, ja, ihre Mystik betreiben und, äh, die Geister anrufen, in die Gegner oder in die eigenen, äh, Gefolgsleute einfahren lassen. Äh, genau, und dann Steigerungen von Charakteren, die erhöhen dann auch noch dein Ansehen. Ansehen ist dann hinterher auch wichtig, da geht's dann auch drum, wer darf zuerst, äh, ähm, seine, seine Truppen setzen beim, beim Kundschaften. Genau, ernsthafte Verletzungen wirken sich dann natürlich auch auf die, äh, weiteren Runden, ähm, kritische Treffer zum Beispiel. Man kann die auch heilen, ähm, ich mach das ja nur grob, weil ihr holt euch ja eh danach alle das, äh, Kampagnenheft, dann könnt ihr das. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, Karrieren sind das, was ich gerade schon mal kurz, kurz angedeutet hab. Man kann, äh, eine Karriere für einen Charakter kaufen und dann, äh, den Charakter steigern. Das sind so, ich halte es für ein, äh, Pivi mal eben in die, in die Kamera. Das sind so, ähm, genau, das sind so Karten, da arbeitet man sich von unten nach oben, äh, durch. Da bekommt man dann zum Beispiel eine Sonderregel hinzu oder, äh, plus eins auf die Moral, eine Lebensenergie mehr oder, äh, bei manchen Karten, je nachdem, was man für eine Karriere startet, kriegt man dann eine, eine Fernkampfwaffe hinzu. Oh, das ist spannend. Und, genau, das ist dann alles noch gebalanced, weil es kann nicht jeder, ähm, jede Karriere starten, es kann auch nicht jeder aus jeder Mannschaft, das steht auf der Rückseite nämlich drauf, welche Mannschaft die Karriere überhaupt erst anstreben kann, ähm, so können wir nämlich verhindern, dass die Bruderschaft da mit Schwarzpulverwaffen um sich schießt, was sie da nicht soll. Ja, wollte ich gerade sagen, Schattenlauf und dann plötzlich mit so einer alten Muskete nochmal irgendwie von hinten durch den Po ins Auge oder irgendwie sowas. Genau, die Assassinen, die, äh, hinterhältige Angriffe und heimlich durch die Gegend, äh, schleichen, die ballern dann mit den, mit den Flinten und Bomben rum. Ja, so nicht, auch nicht in der Karriere. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, genau, das, das war es glaube ich erstmal. Genau, es gibt dann noch, ähm, allgemeine Ruhmpunkte, die kann man dann durch, äh, Szenarioziele, wenn man die erreicht oder Szenarien gewinnt, kann man die dann, ähm, allgemein nutzen für die ganze Mannschaft oder für einzelne Charaktere und es gibt persönliche Ruhmpunkte, die dann Charaktere selber in den, ähm, Kampagnenspielen erwirtschaften, die kann man dann nutzen, um seine, ähm, ja, Karriere, Karriereleiter dann hoch zu gehen. Ne, allgemeine Ruhmpunkte kann man auch benutzen, um, äh, das quasi in so eine Währung einzutauschen und weitere Charaktere anzuheuern. Ist auch cool. Genau, ja, und das hält man natürlich alles fest, Piwi, wo? Also ich hätte jetzt fast gesagt, in einem Charakterbogen. Richtig, genau, äh, Mannschaftsbogen und dann gibt's auch Charakterbogen, äh, wo man Verletzungen einträgt, Erfahrungspunkte, Ruhmpunkte, ähm, dann, äh, die Karrieren, die den Oberbürgern, Begriff Wege des Ruhms haben, die trägt man da alle ein und dann die Heuer, das gesamte Ansehen, damit man immer auf dem Laufenden bleibt und auf dem Mannschaftsbogen trägt man unter anderem ein, welche Gebiete hat man, äh, zu welchem Straßenzug gehören, die welchen Ertrag bringen, die. Das heißt auch, diese Sachen wie den Mannschaftsbogen und auch dann, sag ich jetzt mal, das Heldendokument, das werdet ihr dann jetzt in naher Zukunft dann bei euch auf der Internetseite auch zum Download zur Verfügung stellen? Ist alles schon online, genau, also du kannst die natürlich aus dem Buch auch fotokopieren für den privaten Gebrauch, aber da musst du dann das Buch knicken und, äh, wer möchte das denn schon? Nein, deswegen steht das alles, ähm, online zur Verfügung, auch so die ganzen Tabellen, die man dann hinterher benötigt für die ernsthaften Verletzungen, ähm, Gefahren, wenn man so ein Gebiet plündert, da kommen wir gleich noch zu, äh, wie viel Unterhalt man zahlen muss, bei welchem Ansehen und Einkommen man bei der Mannschaft hat. Äh, da steht alles drin, das kann man sich alles online runterladen und nochmal so separat ausdrucken, na, sau super gut. Genau, damit wir jetzt mal langsam zum Kundschaften kommen, damit ihr auch alle, äh, versteht, worüber ich die ganze Zeit rede, es gibt, ähm, wo sind sie, hier, es gibt Gebiete. Und zwar kommen wir jetzt mal in die Phase des Kundschaftens, denn bevor ihr in eine Klopperei geht, müsst ihr erstmal, ähm, Gebiete erobern. Zu Beginn des Spiels, ähm, kriegt jeder, jeder Teilnehmer zufällige Gebiete zugeteilt. Äh, muss ich mal kurz gucken, ich meine, es waren vier Stück und zwei darf man sich daraus aussuchen. Ich hätte mal für Piwi eine Kamera, die sehen ungefähr so aus. Boah, ist das schick, ey. Das könnt ihr zwar leider nicht sehen, aber ich sehe eine wunderbare Karte, äh, äh, Gabbins Tüftlerei, ähm, mit, mit Zahlen drauf. Und, äh, anscheinend sind das Dublonen, die das, was das kostet. Viel mehr kann ich leider noch nicht sehen, aber Fabian wird's erklären. Äh, ich wird's erklären. Und zwar nehme ich mir mal eine andere Karte, weil die halte ich ja gerade in die Kamera für dich. Ähm, ich habe jetzt Mommas Taverne, ist aus dem selben Straßenzug. Du hast hier Gubins Tüftlerei, die ist aus dem Straßenzug Goblinopolis. Mhm. So, und Mommas Taverne, wie du siehst, halte ich da auch nochmal rein, ist auch aus dem Straßenzug Goblinopolis. Ähm, und wenn ich die beiden, äh, Gebiete zum Beispiel für mich erobert hab, dann siehst du ganz unten in der Leiste, ähm, gibt's, wenn du zwei, ähm, Gebiete hast, gibt's einen Bonus. Wenn du drei Gebiete hast, gibt's einen Bonus, wenn du vier Gebiete hast. Vom selben Straßenzug, ähm, gibt's auch noch einen Bonus. Ist das diese Monopoly-Geschichte, die du vorhin erwähnt hast? Das ist quasi diese Monopoly-Geschichte, genau, die Karten sind so aufgebaut, es gibt immer einen Ertrag, hast du gerade schon richtig erkannt, mit der Dublone. Äh, diesen Ertrag kriegst du für deine Mannschaft dann hinzu, solange du das Gebiet, äh, für dich behältst. Also bei, was hab ich dir gezeigt? Gubins Tüftlerei, ne? Gubins Tüftlerei, genau. Während es fünf sind Dublone, die du dann, äh, jede Runde wieder zur Verfügung hast für deine Mannschaft, um den Unterhalt zu zahlen, um, äh, Charaktere anzuwerben und sonst was. Äh, dann ist da noch eine schöne Fahne drauf mit einer Zahl drin. Ähm, das sind, äh, das ist das Ansehen, das heißt, wenn du auch Gebiete eroberst, natürlich in Longfall, steigt dein Ansehen. Manche Gebiete, äh, bringen dir dann höheres Ansehen, weil es halt ein schönes Gebiet ist oder ein wichtiges Gebiet. Äh, dafür bringen manche weniger Erträge. Das ist auch alles, ähm, gut gebalanced. Und, ähm, dann stehen auf der Karte noch Szenarien drauf, zwei Stück immer. Äh, kommen wir gleich in der, in der Kundschaftenphase drauf, äh, zu sprechen, denn man kämpft ja auch um Gebiete. Und wenn man das zu kämpfende Gebiet bestimmt hat, kann nämlich einer der beiden Parteien aussuchen, welches der beiden Szenarien gespielt wird. Ach, cool. Die da draufstehen. Und dann gibt es dann noch Sonderregeln, ähm, wenn man dieses Gebiet besitzt, ähm, weiß nicht, hier bei der Gubbins-Tüftlerei gibt es zum Beispiel, äh, ein Charakter erhält die Ausrüstungskarte Zusatzwaffe. Da kann man dann, ähm, ja, einem Charakter noch eine Pistole mitgeben für die nächste Schlacht. Witzig. Genau, da gibt es ganz viele Gebiete und, ähm, ja, jeder möchte die für sich erobern, jeder möchte mehr von Longfall für sich einnehmen, dann steigt natürlich, äh, der Ertrag und man kann sich viel leisten, der Reichtum steigt, man wird, ja, das Ansehen steigt natürlich, ne, und jeder spricht über dich in Longfall. Ich hab gerade so die, ähm, die Idee im Kopf, äh, eine Karte zu malen, dann auch dementsprechend für die jeweiligen Gebiete, so zum Beispiel über Incarnate oder, äh, was weiß ich nicht was, wo man dann so die Straßenzüge dann aufmalen kann, weißt du, wo man dann so die Häuser hinstellen kann und dann vielleicht irgendwie eine Abbruchbude da hinbaut oder irgendwelche Sumpfgebiete oder irgendwie sowas oder eine, eine, eine Schmiede oder irgendwie solche Geschichten, dass man das ein bisschen visuell so auf so einer Karte dann auch so sieht, wo man seine Sachen da gemacht hat. Mach das mal, mach das mal und dann, dann verteilen wir die überall. Bist du denn grafisch, äh, begabt? Nö, ich nicht, aber Incarnate. Ah, okay. Na gut, dann können wir das so machen. Bin gespannt. Ähm, ja, also im Laufe der Kampagne kann es natürlich auch sein, ich gehe jetzt das Buch durch, ne, einmal von, von vorne nach hinten, wie es so aufgebaut ist. Ähm, es kann auch sein, dass du mal im Laufe der Kampagne der unterlegene Mannschaft bist, dass der andere einfach ein viel, viel höheres Ansehen hat mittlerweile, weil du einfach nur, so wie ich, dauernd auf die Mütze bekommst. Mhm. Dann bist du irgendwann ganz unten angelandet und kämpfst dann gegen den, der das höchste Ansehen hat. Da gibt es dann natürlich so, äh, wie heißt, für ihn wäre es ein Handicap, du kriegst dann eine Rückendeckung. Ah. Je nachdem, wie hoch die Differenz ist, kriegst du dann, äh, Boni. Zum Beispiel bist du zwei Charaktere dann, ähm, für die nächste Runde hinzu, die dann auch, äh, mitkämpfen können und die ja jetzt bei der, bei dem Kundschaften ein bisschen behilflich sind. So, jetzt sind wir endlich mal beim Kundschaften-Pivi. Ja, jetzt will ich mal. Das ist lange gedauert. Jetzt will ich mal durch die Felder streifen und mal gucken, ob da irgendwelche Leute sind, die da nicht hingehören. Ja, jetzt geht die Luzi ab. Ich, äh, ich hoffe, ich kann es gut erklären. Wenn nicht, verweise ich nochmal auf unsere Livestreams. Da haben wir es im Tabletop-Simulator mal nachgestellt. Ich glaube, das ist visuell ein bisschen besser zu erklären. Ich verlinke das mal in, in der Folge hier unten drunter. Da könnt ihr das nämlich dann parallel, nachdem ihr die Folge angehört habt, einfach mal nachgucken. Genau, kannst du gerne machen. Auf dem YouTube-Kanal werden die Streams auch alle nachher hochgeladen. Da kann man sich das nochmal in Ruhe angucken. Genau. Und zwar, ähm, fürs Kundschaften musst du das erstmal so ein bisschen vorbereiten. Es gibt einmal, ähm, einen Bereich, wo deine Charaktere und Truppen liegen. Die müssen wir gleich noch zuteilen. Dann davor wird eine Reihe aufgebaut mit den Gebieten, die du im Besitz hast. Am Anfang sind es dann halt zwei. Äh, in der Mitte kommen dann neue Gebiete gleich hinzu. Dann kommen die Gebiete des Gegners und die Charaktere und Truppen des Gegners. Ne? Mhm. Es werden dann pro, ähm, Kundschafterphase zwei neue Gebiete, äh, hinzugefügt. Ich halte das nochmal in die Kamera, hier unten. Mhm. Siehst du das? Hier ist einmal der Aufbau, ähm, deine Gebiete, die vom anderen. Und hier in der Mitte kommen die neuen Karten. Okay. Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie so ein, ähm, Trading Card Game quasi? Genau, klar. Wenn du so ein Trading Card Game spielst, hast du auch dein, dein vorgefertigtes Spielfeld quasi, wo du was hinzulegen hast. Genauso ist das, äh, aufgebaut. Mhm. Dann liegen deine Gebiete da, die des Gegners und neue Gebiete. Und je nachdem, welche Gebiete du schon hast, äh, denk an den Straßenzug, den ich vorhin erwähnt hab. Oder manche Gebiete geben halt auch viele Dublonen. Ist halt ein, äh, sehr interessantes Ziel oder einen besonderen Bonus. Und du möchtest es unbedingt haben. Ähm, manchmal ist es im Besitz des Gegners, manchmal ist es gerade neu hinzugekommen in die Mitte. So, und, ja, wir wollen jetzt, äh, in die nächste Phase, in die Klopperei, aber wie kommen wir da hin? Und zwar müssen wir unsere, unsere, äh, Figuren, die wir haben, unsere Truppen, äh, unsere Charaktere, die müssen wir in Truppen aufteilen. Wir haben bis zu, ähm, vier Möglichkeiten. Wir haben Trupp 1, 2 und 3 und die Wache. So, das sind so Truppenkarten und da drunter kannst du dann die Charakterkarten legen. Mhm. Da kannst du, du kannst zum Beispiel unter Trupp 1 kannst du drei Charaktere drunter legen, unter Trupp 2 ein Charakter, unter der Wache ein Charakter und unter Trupp 3 legst du eine Blöffkarte. Denn jeder hat eine Karte dabei, die aussieht wie eine Charakterkarte, aber ein, ein Blöff ist. So gut. Zeig es nochmal kurz. Denn wenn du deine, deine Truppenkarten dann auf die Gebiete legst hinterher, dann denkt derjenige auch, da sind zwei Karten drunter, da sind zwei Charaktere drunter, vielleicht muss ich da was gegensetzen. Dabei ist nur eine Blöffkarte dabei. Also man kann da dann auch, ähm, ein bisschen blöffen. So, wenn du dann deine Truppen zugeteilt hast, so wie du es möchtest, dann geht es nämlich auf Erkundungstour. Dann fängt nämlich der, der das, lass mich mal kurz nichts Falsches erzählen, ich glaube dir das höhere Ansehen, nee, das geringere Ansehen hat. Also einer von beiden fängt an auf jeden Fall. Das sollte, sollte so sein, ja. Ja, man merkt, ich bin voll der Kampagnen-Spieler. Ähm, genau, der fängt dann an, seinen ersten Trupp auf das Gebiet zu legen, was ihn interessiert. Das kann natürlich, äh, ein neues Gebiet sein, was jetzt reingekommen ist, in der Mitte, oder aber auch ein Gebiet, was der Gegner im Besitz hat, ne? Mhm. Dann legt er da seine Truppenkarte drauf, ähm, ja, und der Gegner sieht dann, okay, da sind zwei Karten drunter. Kann natürlich auch vielleicht auch Anführer und Spezialist sein, da sind das sehr starke Charaktere. Wirklich? Hm, genau. Er müsste da jetzt aber drauf reagieren, er könnte jetzt sagen, ja, mich interessiert aber noch ein anderes Gebiet, da lege ich jetzt meinen Trupp drei drauf. Ne, er weiß ja, welche Charaktere drunter sind. Und so geht das dann hin und her, bis dann, äh, jeder bei der Wache angekommen ist. Die Wache ist dafür da, die darf man nur auf eigene Gebiete legen, wie der Name schon sagt, wachen die über die, ja, über die Gebiete, die man schon im Besitz hat, ne? Ja. So, wenn dann, das ist dann die Kundschaftsphase, wenn dann jeder seine Truppen verteilt hat, wird geguckt, dann werden die natürlich aufgedeckt. Und dann wird die gesamte Heuer der Charaktere, die unter den Truppen liegt, auf den umkämpften Gebieten, äh, wird zusammengerechnet. Also, wenn du jetzt zum Beispiel und ich auf dasselbe Gebiet unsere Truppen hingelegt haben, äh, dann wird verglichen, dann ist es ein umkämpftes Gebiet. Mhm. Und unter jedem umkämpften Gebiet gucken wir, wie viele, äh, Charaktere, äh, dort sind, wie teuer die sind und bei welchem Gebiet die, die meiste Heuersumme zustande kommt. Und dieses Gebiet wird dann gekämpft in der Klopperei. Ach so, also wird beides zusammengezählt von, von, von beiden, ähm, und dann wird geguckt von wegen so, was ist das Höchste und dann kämpfen wir ja quasi. Genau. Sauber. Deswegen kannst du während der Kundschaftsphase, kannst du schon sehen, ah ja, da liegen jetzt viele Charaktere. Wenn ich nicht möchte, dass dort die Schlacht stattfindet, ziehe ich meine anderen Truppen vielleicht auf eine andere Karte. Ich möchte aber gleichzeitig noch meine eigenen, ähm, Gebiete, äh, gut genug schützen, ne? Und dann, also da haben wir auch, Freeboot, das ist ja bekannt für das Pokerspiel mit den Trefferzogenkarten, da haben wir auch versucht, so ein bisschen Pokern, äh, beim, beim Kundschaften, ähm, reinzubringen. Genau. Ja, aber visuell kann man das ein bisschen besser erklären, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so tief einsteigen. Es gibt dann noch, ähm, Gebiete, wo nur ein Trupp drauf ist, dann kannst du erst kampflos, äh, ja, für dich gewinnen. Also ist auch, äh, du musst auch gucken, überlasse ich dem, dem Gegner, äh, dieses Gebiet kampflos, ne? Du kannst dich aber auch dann entscheiden, dieses Gebiet zu plündern. Dann kannst du quasi noch, äh, besondere Erträge für die Charaktere rausziehen. Ähm, das birgt natürlich aber dann Gefahren. Da muss man auf eine Gefahrentabelle ziehen. Ja, sehr gut. Tabellen sind Freunde. Tabellen sind super. Man kann auch mit anderen Trupps, äh, kann man dann noch nachrücken in die Hauptschlacht oder auf der, äh, anderen umkämpften, äh, Gebiet bleiben. Und, ja, also es ist eine sehr spannende Phase. Äh, man merkt, glaube ich, auch an meinen Ausführungen an, ich habe es bis heute noch nicht so richtig kapiert, aber Hauptsache die anderen haben es richtig kapiert. Ähm, es ist sehr spannend. Am Ende kommt auf jeden Fall eine Klopperei bei raus. Ich sage nur, guckt euch das im, im Buch an. Es ist mit vielen Bildern, äh, Piwi, du siehst das jetzt ja hier gerade. Ja, ja, ganz ehrlich. Mit vielen Bildern anschaulich erklärt. Äh, der Text ist, glaube ich, auch sehr anschaulich und, und klar und deutlich, genau. So, und dann haben wir uns auf ein Gebiet geeinigt und dort findet die Schlacht statt. Also man muss sich das wirklich vorstellen wie so, wie so ein Trading Card Game, ne? Also ich habe meine, meine Karten wirklich da vorne liegen, ähm, mein Gegner hat gegenüber seine Karten liegen. In der Mitte kommen neue Karten, ähm, wir ziehen Karten auf die Felder des Gegners. Wir ziehen Felder auf die neuen, ähm, Ländereien, die da liegen quasi. Und, äh, im Ende wird es dann nachher so sein, dass wir uns, keine Ahnung, vor irgendeiner Scheune quasi dann prügeln oder irgendwie sowas. Genau. Es kann natürlich sein, dass du, dass du eine gute Kundschafterphase hast und einfach zwei neue Gebiete kampflos bekommst. Mhm. Das wirkt sich dann natürlich später, äh, sehr gut auf deine Erträge und so aus, die du dann erwirtschaftest. Du kannst dann neue Charaktere kaufen und so. Und wenn du dann noch das umkämpfte Gebiet gewinnst, hast du natürlich eine super Runde gehabt. Kann natürlich auch sein, also ich hab da viel Erfahrung mit, dass du einfach irgendwann nur noch zwei Gebiete hast, eine Handvoll, äh, Miniaturen und, äh, guckst immer dumm aus der Wäsche. Ja, da stehst du da, wollte ich grad sagen. Ich glaube, ganz, ganz klar wird das, wenn wir euch wirklich das Video unten verlinken, wo ihr diesen Livestream gemacht habt und das da einfach nochmal nachgestellt habt, dann sollte dann, glaub ich, auch wirklich keine Fragen mehr aufkommen. Sag ich jetzt einfach mal ganz salopp. Genau. Ich denk mal auch, diejenigen, die, äh, eine Kampagne spielen wollen, die wollen's ja dann auch ein bisschen, äh, detaillierter haben, äh, steht alles, alles vernünftig im Buch drin, ne? Mhm. Ähm, das Gebiet, was natürlich umkämpft ist, hab ich ja grad dir vorhin auch gezeigt, hab ich kurz erklärt, da stehen zwei Szenarien drauf und dann kann sich der, derjenige, ähm, das Szenario aussuchen. Mhm. Also, dann wird dann nicht immer die Fede gespielt und, äh, der, der am meisten wegballert, hat dann gewonnen, sondern dann, äh, gibt's eine, eine Dodo-Jagd oder eine, äh, was haben wir hier? Das Szenario Feuer oder Schwarzpulver organisieren. Das sind alle Szenarien, die es schon gab bisher. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken, ob hier neue noch drin waren. Ah, das find ich toll, wenn ihr da so wirklich so eine Varianz drin habt, wo man nicht nur sich gegenseitig aufs Fressbrett greift, sondern, ähm, wo vielleicht auch mal jemand, der nicht gerade doll zuschlagen kann, auch mal jemandem, der doll zuschlagen kann, einfach, äh, Schwarzpulverkisten einfach ablücksen kann. Oder, ähm, Rumpflaschen möglichst viele klauen kann oder irgendwie solche Geschichten. Das find ich super. Ja, genau. Und, äh, da musst du dann natürlich auch beim Kundschaften drauf achten, ne, dass du auch die richtigen Charaktere, also den richtigen Trupp mit den richtigen Charakteren auf das richtige Gebiet legst. Weil, ähm, es bringt dir nichts, wenn du um das Gebiet kämpfst, aber hast dann auch nicht die richtigen, ähm, Charaktere dann dabei für die, für die Partie. Ja. Wenn's, ähm, um, um Schnelligkeit geht und du hast deine langsamsten Charaktere drott, äh, draufgelegt, dann, äh, wirst du das Szenario dann wahrscheinlich verlieren. Dann guckst du ein bisschen doof aus der Wäsche, das stimmt wohl. Ja. Viel, viel Taktik, ähm, du kannst viel, viel nachdenken, du kannst ein richtiges, ähm, ja, wie sagt man dazu? Braingame draus machen, also nichts für mich auf jeden Fall. Ja gut, aber was jetzt danach kommt, ist ja wieder was für dich. Das heißt, also wir gehen dann ja in die normale Klopperei über, was aber, so würde ich jetzt einfach mal vermuten, ein ganz normales Freebooterspiel ist. Eben nicht. Oh mein Gott. Okay, jetzt hauen wir uns. Oh mein Gott. Genau, also im Prinzip ist es ein normales Spiel, aber es kommt halt drauf an, mit wie viel du belohnen, du die Karriere startest, äh, Kampagne startest, äh, und wie viele Charaktere du mit in die umkämpfte, in das umkämpfte Gebiet ziehst. Ah. Das können auch mal Partien sein, zwei bis drei Charaktere. Gerade in unserer Kampagne, die wir hier gerade, äh, beschlossen haben, wenn wir mit einem Starter-Set anfangen, kann das schon mal sein, dass, ähm, ein Kurskritik gegen, ähm, Pihua und Kwamizli kämpft. Ach echt? In der Amazon. Das ist ja krass. Kann auch sein, einer gegen einen. Und wenn du dann hinterher mehr Charaktere hinzukaufst, hast du natürlich, äh, den Vorteil beim Kundschaften, dass du dann hinterher die, die größte Heuer hast und quasi bestimmen kannst, wo die Schlacht stattfindet. Ähm, ja. Aber, ja, das sind dann vielleicht nicht die, die stärksten Charaktere, die du da drunter legst. Das heißt also, auf diesen Kampagnenkarten, ähm, steht dann auch, sag ich jetzt mal, ein abgespecktes, ähm, Spielfeld drauf, von, von den Abmaßungen her, weil ich sag mal, wenn ich jetzt mit einem Kurskritik und gegen zwei andere laufe, auf einer 90-90-Platte, ähm, sitze ich ja bis, keine Ahnung, Ostermontag sitze ich hier, äh, bis wir uns mal irgendwann vernünftig getroffen haben. Ja, also das, das steht auch alles im Buch drin. Das kann natürlich sein, dass, wie in dem Fall, einer gegen zwei vielleicht mal spielen. Äh, da steht dann auch drin, dass man das Spielfeld natürlich verkleinern sollte. Ähm, sonst läufst du einfach drei Runden, äh, ja, durch die, durch, durch den Dschungel und, äh, triffst auf keinen Gegner. Äh, nein, da steht dann da alles drin. Ähm, alles genau detailliert. Und es gibt auch noch optionale Regeln für die Klopperei. Äh, man kann natürlich auch mit, mit allen Charakteren spielen. Da gibt's dann aber, je nach, je nach Kundschafterphase, andere Boni und Mali. Ah, sehr gut. Also es gibt immer optionale Regeln für die, die es nicht so detailliert spielen wollen, die zwar Kampagnen spielen wollen, aber nicht, ja, nicht so sehr detailliert, sondern dann doch ein bisschen flüssiger und trotzdem fluffig, gibt's immer optionale Regeln am Ende des Kapitels, wie man's denn noch anders machen könnte, schneller. Supergeil. Supergut. Ja. Genau. Dann haben wir uns, äh, schön aufs Fressbrett gegeben. Äh, du hast natürlich gewonnen, weil ich verliere in solchen Spielen eigentlich immer. Äh, das ist so meine Nemesis. Wie geht's weiter? Ich hab da unentschieden. Unentschieden, ja, aber, äh, ja, meistens verliere ich bei solchen Sachen. Ja, ich verliere ja auch meistens. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem, wollte ich gerade sagen. Dann verlieren wir halt beide und gehen direkt an die Theke. Ja, aber bei Freebooters gewinnen ja eigentlich alle, weil alle Spaß dran haben, ne? Genau, das ist das Ziel. Genau, also nach einer Schlacht geht's dann natürlich um die Abrechnung. Ne? Wir müssen gucken. Äh, wie viel Erträge haben wir erzielt? Äh, der Unterhalt, die Versorgung der Mannschaft muss gewährleistet werden. Die Verletzungen müssen nicht ausgewürfelt. Ich hätte schon fast ausgewürfelt. Aber es gibt keine Würfel bei Freebooters fällt. Immer noch nicht. Die wird's wahrscheinlich auch... Ja. Ja, ne, wer würfelt, wird über Bord geschmissen. Ganz klar. Ja, definitiv. Ähm, genau, die müssen dann mit Schicksalskarten gezogen werden und auf einer Tabelle das Ergebnis verglichen. Genau. Äh, dann kann man natürlich, äh, die, äh, Karrierekarten kaufen, quasi den Aufstieg der Charaktere starten. Man kann neue Charaktere rekrutieren oder auch, äh, das Ende der Kampagne bestimmen. Gibt es, wenn ich mir neue Charaktere anheuere, eine Art Matrix, welche ich mir anheuern darf, von welchen ich mir maximal welche anheuern darf, etc.? Ja, du hast dann bestimmt, also auf deinen Charakterboden pflegst du natürlich alles, je nachdem wie viele Gebiete du hast und Erträge und so. Das summiert sich dann alles, wie viel Ansehen, das ist alles wichtig. Ähm, ja, und am Ende hast du halt, ja, ein bisschen Kohle im Portemonnaie. Mhm. Und davon kannst du dann einkaufen gehen. Ausrüstungskarten, neue Charaktere oder du sparst noch ein bisschen. Sagst, so nach der nächsten Klopperei, äh, die dann hoffentlich gut verläuft, danach hab ich dann richtig, richtig Kohle und hol mal direkt einen neuen Charakter. Oder, ähm, oder, ähm, ich geb mal ganz viele Ruhmpunkte aus und steig mal direkt ein, zwei oder sogar, äh, drei Leitern auf der Karriereleiter. Mhm. Denn dafür muss man schon richtig viele Ruhmpunkte haben, weil, ähm, man kann immer eine Stufe steigen, ganz normal. Und, äh, wenn man dann zwei Stufen auf einmal steigt, dann, äh, ja, wird's teurer. Also, es gibt einen Multiplikator dann, ähm, damit der eine, der, der zwar gerade sehr erfolgreich hat, aber nicht in einer Runde so eine Karte durchspielt. Und dann nach dem, nach der ersten Partie direkt ein Monster auf dem Spielfeld hat. Naja, solche Geschichten. Habt ihr sowas mal überlegt, dass so Homebase-mäßig was für die Charaktere drin ist, dass man sich sowas aussuchen darf? Ich, äh, schiele jetzt in diese Richtung Frostgrave zum Beispiel rüber, wo ich mir ja quasi so eine Art Homebase, ähm, aussuchen kann. Die dann nachher nochmal Boni bringt, ähm, wo man sich dann imaginär quasi mit seiner Bande da auffällt als Unterschlupf oder als Versteck oder irgendwie sowas. Ja, tatsächlich. Ähm, ich, ich kann dir sagen, das hatten wir auf jeden Fall mal in der Entwicklung, im finalen Produkt, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich hab's, äh, noch nicht komplett durchgelesen, das Finale, nur bei den Korrekturen mal drüber gelesen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es drin geblieben ist. Kann ich dir grad nicht sagen. Ist nicht schlimm, dann lass uns überraschen. Genau, das werden ja dann alle Zuhörer dann selbst rausfinden können. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Okay. Ja, genau. Ja, also im Prinzip ist das, ist das grob auch die, die, äh, Kampagne erklärt, ne? Die Rekrutierung von Charakteren oder Berater einstellen, die dann auch nochmal Boni bringen, ähm, das ist dann alles auf mehreren Seiten erklärt, Sonderregeln, die vielleicht noch hinzukommen, die man durch Karrieren dann auch bekommen kann. Ähm, die sind alle sehr detailliert dann beschrieben. Ja, sehr gut. Ein Buch. Ähm, sag doch mal bei den Kampagnenkarten, ne? Gibt es da noch irgendetwas drin, ähm, was du uns noch ein bisschen mehr erzählen kannst dazu? Oder, ähm, hast du jetzt im Prinzip alles schon soweit da abgehandelt? Ich geh mal kurz durch, wann hab ich das Deckblatt noch? Ja, hier hinten hab ich das, genau. Kampagnenkarten, also das ist ein Set aus insgesamt, steht die Gesamtzahl, ich hab keinen Bock zusammenzurechnen, 106 Spielkarten, das sind 52 Karrieren, ne? Also wir haben ja neun Mannschaften insgesamt und nicht jede Karriere ist für jede Mannschaft, ähm, verfügbar, das heißt, du musst, und wenn du trotzdem Varianz haben willst, ähm, ja, am Ende sind es halt 52 Karrieren geworden. Es gibt 32 Gebiete, das heißt, du bist da dann auch ein bisschen eingeschränkt, deswegen, ähm, eine Kampagne mit 16 Personen, irgendwann fehlen dir dann auch die Gebiete, ne? Deswegen empfehlen wir so 6 bis 8 Spieler, ist eine gute Größe, über 3 Monate, sodass jeder gegen jeden spielt, da hast du dann, dann machst du einfach eine neue Kampagne, ne? Dann kannst du, 10 Berater sind noch in dem Set drin, 8 Truppkarten, also 4 für jeden Spieler, Trupp 1 bis 3 und die Wache, wo du dann deine Charaktere drunter legst beim Kundschaften, und, äh, 2 Bluffkarten, das sind diese Karten, die du anstelle eines Charakters drunter legen kannst, um den Gegner einfach mal zu verarschen. Sauber. Und eine Karte mit den, äh, Kampagnen-Zielen. Genau, im Tabletop-Simulator waren es viele Karten, aber hier ist es tatsächlich eine, wo alle draufstehen. Ja. Das ist die letzte Karte, 15 Kampagnen-Ziele gibt's. Ja, sauber. Das heißt also, nicht jeder braucht so ein Kampagnen-Set, sondern es reicht erstmal, wenn man, sag ich jetzt mal, zu vier oder fünf, ähm, eins und so einen Stapel hat quasi. Äh, genau, das würde reichen, also wenn, wenn ihr ein Buch habt und ein, ein Karten-Set, ähm, das, das würde schon, schon reichen, ich überlege gerade, ja. Aber macht ja keinen Spaß, also von daher, man muss das ja abends auf dem Sofa lesen und von daher braucht ja jeder ein Heft. Ja, natürlich, aber am Ende hat's jeder für sich auch, auch selber, natürlich, aber es reicht eigentlich für eine Kampagne, dass, ähm, einer ein Buch hat und, äh, die Spielkarten. Die Gebiete, das kann man sich auch aufschreiben, natürlich auf den Bögen, wer welches Gebiet gerade hat, äh, damit man, also ich finde, wir beide jetzt zum Beispiel spielen ohne die anderen, damit wir nicht, äh, um Gebiete spielen, die beiden im anderen im Besitz sind. Ah, ja, okay. Da musst du dann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Buch halten, was natürlich bei so einer Kampagne dazugehört. Ja, das war so ein, so ein Nachteil, so, ich sag mal, so von Stargrave oder von Frostgrave zum Beispiel oder sowas, weißt du, dann, äh, hast du eine Kampagne angefangen mit irgendwie, sag ich jetzt mal, fünf Leuten und, ähm, dann hast du es geschafft, dreimal sich irgendwie zu treffen, man hat irgendwie vernünftig gegeneinander gezockt und plötzlich kam dann so dieses normale Leben damit rein, ne, so Familie kickte, der Job kickte, dann hast du immer Urlaub gehabt, dann warst du nicht da, konntest nicht mitspielen, dann warst du vielleicht noch krank. Und schon haben die anderen in der Zeit vielleicht dann irgendwie fünf oder sechs Spiele nebenher gemacht und sind natürlich dann mit ihren Charakteren jenseits von Gut und Bösen abgerauscht und du hast überhaupt keine Chance mehr gehabt, ne. Und, äh, ich hab so das Gefühl, dass ihr das schon auf dem Zettel hattet und auch dagegen gewirkt habt. Mit solchen Sachen. Genau, hatte ich ja vorhin schon mal, äh, kurz erwähnt, es gibt ja diese Unterzahl, je nachdem, wie hoch die Differenz ist, kriegt der Unterlegene natürlich dann einen Bonus, ähm, damit man auch mal später in eine Kampagne reinsteigen kann. Zum Beispiel in Runde drei kommt noch jemand hinzu, sagt, ey, ich fang grad mit Freebooters an, hab voll Bock, ihr macht grad eine Kampagne, darf ich mitmachen? Ja, dann kommt er rein und auch dafür gibt's Regeln, wenn man später einsteigt, ne. Also wie gesagt, ich hab dir ja schon gesagt, ich bin überhaupt nicht der Kampagnen-Spieler, aber wir haben ja die Cracks, die mit Moretime dann angefangen haben oder davor schon, wo ich noch Joghurt im Regal war, ähm, die kennen sich damit aus und die haben das da alles einfließen lassen. Erfahrungen, was wollen die, ähm, was muss man definitiv beachten, ja, und ich glaub, das ist ein ganz rundes Paket geworden, ne. Ich denke auch. Ähm, sag mal eben was zum Preis von den Produkten, so unvermittliche Preisempfehlung. Das Buch, das Kampagnenbuch kostet, ähm, 16 Euro und die Kampagnen-Karten, das Karten-Set, also die 106 Karten, die kosten 12,90 Euro. Ja, ist wieder ein Schnapp, ne, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, mit dem, was ihr da gemacht habt, gibt es mehrere Stunden Spielspaß. Ja, genau, das muss man halt sehen, ne, den, den Einkaufspreis gegenüber dem Spielspaß, den man dann hat, mal gewichten und dann sind die, weiß ich, schlappe, äh, 30 Dublon, äh, ist ja dann nichts, ne. Und du brauchst halt nur deine Mannschaft, die du eh schon hast, äh, Grundregelwerk, die normalen Freebooter-Spielkarten, deine Figuren für ne, für die Klopperei halt, und für die Kampagne brauchst du nur die Karten und das Buch. Ja, super gut. Fertig, hab dafür. Finde ich ganz geil, was du auch gerade sagtest, so von wegen mit Neuensteigern zum Beispiel, ne, die dann wirklich sagen so, ähm, ich möchte mit ein, äh, mit dem Spiel starten, ähm, ich hab zwar so noch keinen, mit dem ich immer mal wieder spiele, aber ich hab hier eine kleine Startbox, da ist eine Kampagne, die läuft, ich kann damit beikommen und so kommt man mit ins Spiel rein, auch mit wenig Figuren und hat gleich Anschluss. Finde ich super, super geil. Ich weiß nicht, ähm, bei euch im Tablepot schon irgendwo so ein bisschen, ähm, am Rumoren und schon die ersten Ideen quasi aufgetaucht zum, zum Kampagnen-Spiel? Ja, also bei uns im Tablepot, also, äh, Freebooters kommt ja aus Oberhausen, der ist ja mitten im Ruhrgebiet, äh, unser Tablepot kommt aus Bülheim, also direkt Nachbarstadt, äh, hier ist eine Freebooters Hochburg, auf unseren Treffen haben wir immer Freebooter-Spieler da, ähm, die sind auch heiß gewesen auf die Kampagne, wollten die auch schon intern, spielen, werden wir jetzt so eine, ähm, kleine Kooperation, würde ich das jetzt mal nennen, mit einem, äh, Spiele-Club aus Oberhausen dann auch. Ja. Ähm, dem Headblast und da kam dann die Idee, da war ich jetzt auch die Tage, äh, auf dem Demo-Abend, weil da auch Freebooters Fate-Fieber ausgebrochen ist, da kam die Idee, die Kampagne auch zu spielen und damit nicht jeder in seinem eigenen Club oder, oder Spiele-Treff die Kampagne unter sich spielt, verbinden wir das einfach mal und spielen die Kampagne dann zusammen, so Club und, ähm, Community-übergreifend, dass wir dann einen Kampagnentag bei uns machen, einen Kampagnentag bei denen im Club, ähm, so lernt man natürlich auch neue Leute kennen und, äh, sieht ihr, ich bin nicht alleine und, ja, wenn man das im kleinen Rahmen macht, acht bis, äh, sechs bis acht Spieler, ne, also vier von jeder Seite, dann ist das auch gut machbar. Ja, auf jeden Fall, so sollte es eigentlich sein. Sag mir mal eben, für einige Menschen da draußen ist es ja vielleicht ein bisschen schwieriger, sich Kampagnen auch auszudenken, so, ich meine, ihr habt ja die verschiedenen, äh, Missionen dort und so weiter, die aneinander zu heften, das kann ja für manche Leute so ein bisschen tricky sein. Habt ihr eine vorgefertigte Kampagne im Heft abgedruckt? Euch überlegt? Hm, nee, also es ist ja prinzipiell ein Leitfaden, wie man die Kampagne zu spielen hat, mit dem, ähm, Material, was wir zur Verfügung stellen, mit den Gebieten, den Karrieren, ähm, also es ist natürlich ein roter Faden drin, aber es gibt immer Abschwankungen nach oben und unten, weil es halt, ähm, ja, gewisse andere Voraussetzungen gibt, ne, der eine startet mit 250 Dublonen, der andere mit, mit 500 oder mit 750, geht ins Volle. Äh, dann gibt's welche, die haben nicht viele Mitspieler, dann gibt's welche, die haben viele Mitspieler, viel Zeit, wenig Zeit und das ist aber, ja, alles mit, äh, berücksichtigt worden in der Kampagne. Ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt, also von daher, ähm, wir werden uns das auf jeden Fall angucken, ähm, da werden wir mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Blogbeitrag noch irgendwie dann dazu machen, beziehungsweise auf den, äh, sozialen Netzen irgendwo was sehen und was machen. Ja, gerne. Lass uns aber mal so ein bisschen, ähm, über die Entstehung der ganzen Kampagne vielleicht noch irgendwie reden. So, wann hat's bei euch mal so richtig Klick gemacht, wo ihr gesagt habt, so, jetzt setze ich mich hin und jetzt fangen wir mal an, so das erste Brainstorming am Whiteboard zu machen über Kampagnenregeln. Mhm. Ähm, also Klick gemacht hat's, äh, noch vor Corona auf jeden Fall, da merkt man mal, wie lange so ein, äh, Entwicklungsprozess dauert. Heftig. Also wir haben, wir haben so den Standardspruch, manche fragen, wann kommt der neue Charakter raus, dann sagen wir immer zwischen vier Wochen und vier Jahren ungefähr, weil manchmal landet was in der Schublade, also Kampagnenregeln lagen wahrscheinlich schon von Anfang an irgendwo mal die ersten Ideen in der Schublade, mhm, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo dann eine die zündende Idee hat, und das war halt dieses Kundschaften. Mhm. Und dann kommt meistens, äh, der Käpt'n, der Werner kommt dann rum und sagt, guck mal hier, äh, lass mal was Neues ausprobieren, dann spielen wir das mal durch am Tisch, dann sagen wir, ja, das kann was werden, äh, lass mal, lass mal da dranbleiben, ne, und dann werden die ersten Schriftstücke verfasst, wie stelle ich mir das vor, äh, die anderen kommentieren dann da rein, sagen, nee, das müssen wir so und so machen, dann treffen wir uns wieder und probieren's wieder aus. Ja, das ging dann über mehrere Wochen so und dann fing leider Corona an. Dann konnten wir dieses, dieses Kundschaften, das machen wir natürlich auch mit dem Partner gegenüber, ne, die Truppen setzen und die Karten, und das konnten wir dann leider nicht mehr, ja, in, in Präsenz machen. Und dann haben wir uns gefragt, ja, wie entwickeln wir denn jetzt die Kampagne weiter? Wir haben ja jetzt angefangen, wir haben da Bock drauf, äh, was machen wir jetzt? Es gab ja Lockdown, äh, Beschränkungen, durften keinen mehr sehen, anfassen oder miteinander telefonieren, weil die Viren sich darüber übertragen haben, keine Ahnung, weiß der Geier. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Genau, aber wir haben ja ganz viele Cracks und, und kluge Köpfe im Team, ähm, und unser lieber David, der hat dann, äh, den Tabletop-Simulator für uns vorbereitet, äh, komplette Kampagnensystem dort, äh, reingehackt und mit Grafiken hochgeladen. Geil. Genau, sodass wir die Kundschaftenphase dann im Tabletop-Simulator nachstellen konnten, mit ausfüllbaren Mannschaftsbogen und, ja, so wie die Kampagne am Ende auf dem, als Produkt rauskommt, so hatten wir jetzt im Tabletop-Simulator, kann man sagen, das war, das war richtig cool, äh, das haben wir dann auch im, im Livestream mal so vorgestellt, mit dem Tabletop-Simulator, um, ja, von der Kampagne zu erzählen, ja. Es war nicht, also es wäre natürlich, äh, wahrscheinlich schneller fertig geworden, hätten wir es in Präsenz machen können, ist immer ein bisschen einfacher, von Angesicht zu Angesicht über Dinge zu diskutieren und Dinge auszuprobieren, genau. Wann plant, äh, Freebooter-Managers denn dieses Teil, was ihr da für einen Tabletop-Simulator gemacht habt, denn zum Kauf anzubieten quasi, so als Modul? Weil das wäre jetzt natürlich von wegen so, man sitzt hier, ne, man plant im Prinzip schon seine, seine Kampagne und kann die jetzt schon, ja, digital, äh, am Computer mit dem anderen, der, sag ich jetzt mal, 15 Kilometer weiter wohnt, schon mal erweitern und, 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 und weiterplanen. Ja, ja, also ich sag mal so, ähm, wer Freebooters kennt und wer das, wer das alles so, ähm, verfolgt hat, wir sind sehr, ähm, äh, innovativ. Auch, ja, auch, ja. Ne, wir sind, äh, sehr präsenz, äh, liebende Leute, wir, wir lieben es auf Messen mit der Community, äh, zusammenzukommen, ähm, in direkten Kontakt, äh, wir sind, äh, so die, die analogen Spieler, ähm, deswegen, ähm, dass etwas digital kommen wird, zum Beispiel jetzt, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das beim Tabletop-Simulator läuft, irgendeinen Server oder Server-Dateien, die man da hochladen kann, zur Verfügung stellen kann, weiß ich nicht. Ich, ich denke nicht, dass das, dass das kommen wird, denn, ähm, die Absicht ist schon, dass die Leute sich treffen und miteinander im Präsenz Spaß haben, ne, denn man soll ja auch zusammen dann noch ein, äh, lecker Rümmchen verköstigen, ne, denn dann macht das. Prüsterkönnen in dem Moment, ne? Ja, Prüsterkönnen übrigens, ne, genau. Ja, Kehle anfeuchten, ne. Ah, denn dann macht das Spiel ja noch, äh, bedeutend mehr Spaß. Ja, noch einmal nachfüllen hier. Was trinkst du eigentlich da gerade für ein, für ein, für ein Rum? Ist das dein, dein, äh, Standard-Rum? Äh, weiß ich nicht. Darf man das sagen? Ja, warum denn nicht? Ja, komm, ich trinke gerade ein Botokal. Ähm, ja, wer, wer, äh, unsere Podcast mitkriegen, mit hört, ähm, der weiß, dass, ja, der Rum schon mal wechselt. Liegt aber nicht daran, dass ich so wählerisch bin, sondern dass die Pulle immer leer ist. Ah, ja, okay, ist klar. Gut, darüber unterhalten wir uns dann gleich mal, wenn, äh, wenn die Aufnahme aus ist. Bei mir gibt es einfach nur ein ganz billiges, äh, Gin, Gin Tonic mit Zitronen und Minze drin. Ja, kann man auch machen. Du spielst ja noch nicht aktiv, äh, richtig Freebooters, da kommt der Rum erst mit der Zeit. Ich habe ganz, ganz doll Sehnsucht nach, äh, wirklichen Spielen wieder in Präsenz, so wie du das auch gerade sagtest. Also wirklich sich mit Leuten treffen, äh, eine Pizza bestellen, äh, das eine oder andere Bierchen zu trinken oder ein Alkoholfreis, wenn man noch fahren muss oder irgendwie was. Ähm, und sich dann einfach hinsetzen und dann genau sowas wie Kampagne zum Beispiel machen. Wenn man sich wieder regelmäßig trifft, wieder in Austausch kommt, das ist, glaube ich, momentan so das Ding, worauf ich wirklich Bock habe. Ich glaube, ganz viele von, von euch geht's genauso. Ja, denke ich auch, ja. Und gerade wenn du dann jetzt nochmal, ähm, Freebooter-Spiele machen möchtest, ne, in Präsenz. Aber Hauke und ich haben nämlich schon überlegt, ähm, dass wir euch mal irgendwann auf einen Samstag besuchen werden, jetzt dann irgendwie im Sommer. So sieht's aus, das machen wir. Das haben wir beide eben schon mal klargemacht und, äh, wenn ihr euch fragt, wo Hauke denn ist und wieso Hauke keine Fragen mehr stellt, dann würde ich an eurer Stelle bis nach dem Abspann warten. Aber nur so als kleiner Teaser. Fabi, sag mir mal eben, was war denn so das Schwierige oder das Schwierigste bei euch in der Entwicklung? Jetzt generell oder zur Kampagne? Ne, zur Kampagne. Ähm, ja, ja doch die, die Corona-Situation, dass man sich nicht treffen konnte. Ne, also weil eigentlich treffen wir uns immer einmal in der Woche in, in Präsenz, schnacken zusammen, äh, schmausen ein bisschen was, was Leckeres, ne, so, äh, Tomätchen und Schokolädchen, ne, da lässt sich natürlich am besten entwickeln, ne? Ja, lecker Schal, ne, genau. Genau, ja, und dann kann man auch mal viel besser was zeigen, der andere bringt einen Ausdruck mit, zeig ich kurz was aus dem Handy. Aber wir haben uns umorientiert, äh, wir treffen uns jetzt auch hauptsächlich digital, da kann man schon mal Bildschirm teilen, ne, alles, alles online sharen und so, ähm, in Dokumenten gleichzeitig arbeiten und so. Also ein bisschen digitaler aufgestellt in der Entwicklung auf jeden Fall. Äh, ja, das war, das war auf jeden Fall schwierig, gerade mit dem Kundschaften. Ja, das konnten wir, der, der liebe David hat das natürlich sehr gut gelöst mit dem Tabletop-Simulator und dann ging's. Okay. Dann ging's. Als der, als der stand, äh, ging's dann weiter. Das Schwierige ist natürlich, ähm, die Entwicklung, äh, von sowas dauert natürlich ein bisschen was. Du hast natürlich auch noch Alltagsgeschäft, ähm, die, die, äh, Freebooter-Spieler wollen auch noch, äh, neue Charaktere haben. Weitere innovative Ideen, ähm, und so entwickelst du natürlich viele Sachen dann auch mal parallel. Ja, genau. Genau, das ist eigentlich so das Schwierige und, und die Corona-Situation, ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ob es spezielle Minis oder auch spezielles Gelände eben für die Kampagnenriegeln geben wird. Ob ihr euch da schon irgendwelche Sachen ausgedacht habt? Äh, ich meine nicht. Nicht, ich meine nicht. Nein, ich meine nicht, dass es spezielle Minis oder Gebäude oder so geben wird. Ähm, wir haben natürlich eine eigene Gebäudereihe, City of Longfall. Ja. Ja. Ähm, da wird es natürlich neue, neue Gebäude noch geben. Aber, dass die jetzt speziell auf Szenarien oder die Kampagne zugeschnitten sind, äh, gehe ich eher nicht aus. Äh, eher, das ist eher so, dass, äh, wir mal, äh, Gebäude rausbringen, die es schon in Szenarien gibt. Ah, ja, okay. Ähm, so, so die Kneipe zum Beispiel. Ja, sehr gut. Ja, sowas meinst du genau. Dass wir jetzt explizit für die Kampagne, also mit voller Absicht etwas, äh, vorbereitet haben, eher nicht. Nee. Ich hab nämlich vor, in meiner Kampagne, ähm, durchaus mit NPCs auch zu arbeiten, die dann da irgendwie rumstehen. Und, ähm, ich habe jetzt von einem gesehen, der im Internet quasi für, für seine NPCs, für sein Spiel, ähm, hat der wie bei World of Warcraft so Ausrufezeichen quasi oben gedruckt. Auf dem, auf dem Resinendrucker. Und ich glaube, sowas werde ich auch irgendwie überlegen, ob ich mir da nicht einfach so kleine, ähm, Figuren einfach, ähm, ja, die passenderweise dort irgendwie rumstehen und vielleicht an einem Verkaufsstand irgendwelche Bananen verkaufen oder irgendwie sowas. Und für die Leute, die da rumlaufen, äh, in der Kampagne quasi noch Aufträge haben. Ja. Da bin ich noch überlegen. Das ist eine gute Idee, ja. Es, es gibt tatsächlich auch NPC, äh, Regeln bei Free Buddha's Fate. Im, äh, ja, müsste ich jetzt holen. Ja, jetzt. In einem der Szenario-Bücher sind sie drin. Ja, das, äh, muss ich mir dann auch noch mal angucken. Ich schiele jetzt gerade auf meinen, auf meinen Korb da hinten, wo die ganzen Sachen vom letzten Mal spielen dann noch drin liegen. Ähm, ja, dann schaue ich mir das noch mal an. Ah ja, Bock drauf. Ja, es gibt so viele Ideen. Ich habe übrigens noch einen, äh, kleinen Hinweis, wenn wir schon über die Kampagne sprechen. Ja. Ähm, am 21. Mai ist ja die Niederrhein-Con. Mhm. In Dienstlagen. Mhm. Dieses Jahr. Äh, und da machen wir einen offiziellen Kampagnentag. Also es ist auf T3 gelistet auch. Wer da mitmachen möchte, wir spielen quasi einen Tag lang die Kampagne durch. Alle weiteren Informationen gibt es dann auf T3 natürlich, ne? Kann man sich anmelden. Wir sind da vor Ort. Ähm, auch mit dem Stand, mit dem Verkaufsstand und machen dort einen Kampagnentag. Ja, äh, Verkaufsstand, das ist das, das erste Mal, dass ich, ähm, mit Freebooters in Kontakt gekommen bin, war die Taktiker in Hamburg 2000, keine Ahnung, anno dazu mal. Weil, sagen wir, ich bin ja auch schon, ich bin ja auch schon Taktengelter, ne? Ist ja auch wohl, ne? So. Und, ähm, an keinem Stand, Fabi, an keinem Stand wäre ich den ganzen Tag am liebsten versackt wie am Freebooters Stand. Ja. Also, diese... Glaube ich dir sofort. Diese Herzlichkeit, dieses, 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 äh, sich Zeit nehmen und erklären, ähm, du pass auf, ich möchte meine Bande erweitern, was kannst du mir für, für Empfehlungen geben, ne? Das war, äh, ja, Taktiker. Das war großartig. Das, das war mein erster Kontakt mit Freebooters. Da musst du auch mal zu Spiel kommen, der erste Stand natürlich ein bisschen größer, liegt auch an den Räumlichkeiten. Ja, klar. Und da bin ich auch da, ich bin, ich muss, ja, zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie auf der Taktiker war, tatsächlich. Echt nicht? Nee, vorher hab ich's nicht geschafft, dann ist meine Tochter direkt um die, um das Datum immer, äh, nicht immer geboren. Die ist ja halt geboren, hat ja dann immer Geburtstag, so rum. Ja. Ähm, da war das blöd. Dieses Jahr hätte ich's tatsächlich terminlich geschafft, der ist ja ausgefallen. Ja. Ja, und jetzt, äh, gibt's ja wohl ein anderes Datum anscheinend, ne? Naja. Irgendwie, ich glaube, in, in, äh, Richtung, äh, Spätsommer oder Herbst oder irgendwie sowas rein. Ja, direkt vor das Spiel. Ähm, irgendwie sowas, ähm, ja. Ja, wenn ihr nächstes Mal hier hochkommt oder irgendwie sowas, pass auf, dann, äh, dann haltet ihr hier an, weil ihr kommt sowieso von da unten, kommt ihr automatisch hier bei mir vorbei. Ja, nehme ich mit. Äh, äh, ja, oder, oder andersrum, ne? Ihr packt euer Auto auf den Pendlerparkplatz und dann steigt ihr bei mir an und ich fahre den Rest weiter. Ähm, ja. Hamburger Taktika ist witzig. Also auch mit den Jungs von Mago Botato, schöne Grüße an der Stelle, ähm, da oben sitzen und einen Schnack halten und so weiter und so fort. Das kannst du echt machen, das ist echt super. Er ist halt ein Familientreffen, ne? Das ist auch das Schöne, wir freuen uns auf jede Messe. Ähm, nicht nur, dass wir die, die, die Spieler, die Community alle treffen, sondern auch alle anderen. Ob es jetzt Mago Botato ist, ob Dice or Nots, irgendein anderer Podcast, irgendein YouTube-Kanal, äh, irgendein anderer Spieler, irgendwelche Brettspieler, die sehen, oh, eure Püppchen sehen toll aus, äh, zeige ich mir mal das Spiel. Ähm, das ist das Schöne, das Interagieren, das, äh, Sprechen mit den Menschen vor Ort, in Präsenz halt, ne? In Präsenz halt, genau so sieht's aus, ne? Also von daher. Und ein bisschen Rum wird auch getrunken. Ja, ich war schon mal echt dran überlegen, ob ich nicht einfach in Hamburg dann irgendwie übernächtige oder irgendwie sowas, damit man mal so, also ich abends mal jeden das eine oder andere dann reinlöten könnte. Äh, um mit den Leuten dann einfach mal ein bisschen länger dann irgendwie schnacken zu können oder irgendwie sowas. Ja, mal sehen, wie's nächstes Jahr aussieht. Ja, mich wird, glaub ich, noch interessieren, lieber PV, wie ist denn dein Stand jetzt zu Freebooters? Du hast ja gesagt, äh, die Kampagne interessiert dich, äh, wie sieht's denn aber auch, abgesehen von der Kampagne aus mit dem Spiel, wie bist du auf das Spiel denn, ähm, 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 wie bist du da drauf gestoßen, äh, wie informierst du dich darüber, ähm, hast du vor, das zu spielen, hast du schon was? Das würde mich mal interessieren jetzt. So, jetzt, äh, holen wir mal ganz weit aus. Also, die erste Berührung damals... Ich lehne mich zurück. Ich lehne mich mal zurück. Damals in der Taktika, ähm, habe ich, äh, das erste Mal Kontakt mit Freebooters gehabt und habe mir dann mit, äh, meinen Kumpels damals, ich glaube, was hatte ich denn als ersten Starter? Ich glaube, Piraten hab ich mir, glaub ich, geholt. Gute Wahl, ja. Ne, dann, äh, ja, so als Einsteiger hab ich gedacht, von wegen so Piraten machst du, glaub ich, nix verkehrt. Ähm, die anderen haben sich dann eine Bruderschaft geholt, dann hatten wir welchen, die haben sich die Goblins geholt und, ähm, war alles schick und das haben wir auch dann, äh, wirklich lange gespielt und, ähm, irgendwann ist das dann so, wie man das so kennt, ne, dann ist ein Hobby-Schmetterling, so wie ich einer bin, dann kommt was Neues, ne, neue Blume, fängst du an, die Blume zu bestäuben, dann fliegst du da wieder rüber und bestäubst die Blume. Und irgendwann, ähm, kam das mit der neuen Edition, die ihr rausgebracht habt, wo ich gesagt hab, hey, Moment mal, da war ein kleines, feines Spiel, was dir so viel Freude bereitet hat, was dir so viele geile Momente beschert hat, ich weiß das noch, wie ich da stand und, und fing an, mir die Karten anzugucken, ne, die Trefferzonen-Karten und ich hab gesagt, wegen Unterleib, Alter, ich klopp dem jetzt voll in den Sack, wie geil ist das denn, ne, und das war so der erste, ich kann ja genau sagen, wo das gewesen ist, ne, und das hab ich bei Daniel damals gemacht, äh, äh. Und, Thompson, an dieser Stelle schöne Grüße, da hab ich gedacht, von wegen, wie geil ist das denn, du hast nur Karten, du hast keine Würfel, ähm, mal ist das Glück auf deiner Seite, wo du einfach mal sagen kannst, hallo, ich hab keine Würfel in der Hand, ich hab nur noch Karten. So, und jetzt habe ich, äh, ich weiß nicht, ob du's da hinten siehst, äh, da, da im Schrank, also was hier so, so, bei mir so als, äh, ne, ich glaub dir, Raumteiler hier steht, ähm, da stehen meine Schatten drin, da oben drauf stehen meine Goblins und meine, ähm, äh, sag schnell, hier die, äh, die Voodoo-Priester. Kult. Der Kult, genau, die stehen da oben und, äh, da hinten, das siehst du leider nicht, weil ich hab nur so ne, nicht so ne Weitwinkel-Kamera, äh, da liegt mein ganzes Gelände drin für Freebooters und so weiter und so fort und, äh, das war das erste Spiel, wo ich mit, mit Hauke auch gespielt habe, wo wir uns hier getroffen haben, äh, wo ich gesagt hab, von wegen so, komm Hauke, wir müssen Freebooter spielen. Weil das kannte er auch noch nicht, hat auch noch nicht gespielt und, ähm, ich find dieses Spiel einfach super. Kurzweiliges, genau, humorvolles, piratiges, äh, Skirmish-Spiel für zwischendurch, aber auch für länger, ne? Für zwischendurch und auch für länger und jetzt gerade mit euren Kampagnenregeln geh ich mal ganz fest davon aus, von wegen so, dass man dieses Spiel auch, äh, definitiv länger spielen sollte und auch wird, ne? Also, da, äh, freu ich mich schon drauf, ne? I name you, Eike, da draußen, ja, wenn du das jetzt hörst, ne, ähm, mach dich bereit. Ja, schön, da bist du ja schon voll im Game quasi. Auf jeden Fall, weil ich glaube irgendwie, ähm, zur, äh, zur nächsten Edition, äh, 4, 5, keine Ahnung was oder sowas, ähm, wer weiß, wann es kommt. Ihr seid ja nicht so wie Games Workshop, die alle sechs Monate quasi dann halt, äh, durch den Kodex oder so, dann, äh, neue Regeln mit reinbringen auf einmal und so weiter und so fort. Nee, das schaffen wir gar nicht, schaffen wir gar nicht. Das ist doch gar nicht schlimm, also lasst das. Bleibt einfach so, wie ihr seid, dann ist alles schon, dann, dann ist alles schon richtig. Das ist alles schon richtig. Ja, sehr gut. Heierlich. Fabian, ich sage herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick halt in die Kampagnenregeln für Freebooters Fade. Das war ziemlich cool. Ich hoffe, ähm, euch da draußen hat's auch gefallen. Fabian, wenn die Leute Fragen haben, wie können die sich an euch wenden und, äh, mehr Informationen bekommen? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wenn man noch Fragen hat, wir sind, ähm, wir haben eine Webseite, freebootermanagers.de, da steht auch für jeden Einsteiger, gibt's so einen kleinen Einstiegsleitfaden, wie fange ich an, welche Mannschaft passt zu mir, mit ein bisschen Beschreibung der Mannschaft, da kann man sich informieren. Ähm, es gibt einen Online, ähm, Army-Bilder quasi, also entweder als App oder als, äh, Webversion. Da kann man sich schon mal eine Mannschaft zusammenstellen und weiß, wie, wie viele Dublonen die sind, äh, oder haben. Ähm, dann, ähm, kann man uns regelmäßig, ähm, auf Twitch verfolgen, wo wir dann Neuheiten vorstellen, auch mal das ein oder andere schon mal vorneweg ausplaudern, da müsste man dann mal genau, äh, aufpassen. Genau, ansonsten, äh, Instagram und Facebook auf jeden Fall abonnieren, da gibt's öfter mal News. Und wer Fragen hat, ähm, auch Support-Themen oder, ähm, wenn ihr ein Turnier machen wollt und wollt ihr unterstützt, unterstützt werden oder ihr seid Content-Creator und, äh, braucht da irgendwie ein bisschen Unterstützung, dann, ähm, könnt ihr uns an, äh, eine Flaschenpost schicken an support.at.rebootermanagers.de, ähm, dann landet das bei mir, ähm, und dann, dann kümmern wir uns drum. Oder natürlich, ähm, ich meine, ihr habt ja auch einen schönen Discord, äh, von Dyson Hots, wir haben auch einen offiziellen Freebooters-Fade-Discord, ähm, da steht nicht nur die Crew mit Rat und Tat zur Seite und, ähm, ähm, ja, beantwortet Regelfragen, ähm, sondern auch die ganze Community, die ist ja meistens schneller als die Crew und beantwortet die Fragen, ähm, die helfen auch total gerne aus, wenn man, ja, wenn man Tipps braucht und so, ne, also den Discord lege ich auch. Jeden wärmstens, äh, an Herzen. Ja, ich glaube, das war's alles. Ja. Falls ich was vergessen habe, geht auf die Webseite, da ist alles verlinkt. Ich wollte gerade sagen, apropos verlinken, wir verlinken das natürlich auch alles hier unten drunter unter dem Podcast, so damit ihr eine Anlaufstelle habt, wo ihr euch dann schnell durchklicken könnt, um zu den jeweiligen Webseiten und zu den jeweiligen Discord dann zu gelangen. Und, ja, Fabian, ich sag nochmal Dankeschön, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, hoffe ich, ne, auch gerne nochmal irgendwie zu anderen Themen und definitiv nochmal zu Freebooters selber, weil darüber so eine richtige Folge haben wir dazu noch nicht gemacht, also von daher, die fehlt noch im Portfolio bei uns. Und das werden wir definitiv nochmal machen. Und, ähm, ja, schreibt uns doch mal, wie ihr Freebooters Fate findet, was ihr euch schon alles erlebt habt, warum ihr das Spiel so toll findet oder auch, was würde mich auch interessieren, warum ihr dieses Spiel gar nicht so toll findet, sondern eher lieber bei anderen Spielen bleibt. Vielleicht seid ihr ja so Kartenhasser und eher so Würfel-Liebhaber. Von daher würde ich sagen, wir machen jetzt die Lichter aus und, äh, Fabian, ich schnack gleich noch eben so ein bisschen, aber das kriegt ihr alles nicht mehr mit. Gut, dann würde ich sagen, bis dahin, ne, bis zum nächsten Mal und habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Also, äh, Hauke, ähm, ja, ich hoffe, du hast einen neuen Rechner jetzt bis dahin gefunden, von daher, ähm, 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 wenn die Folge online geht, wird Hauke wahrscheinlich einen Mordrechner haben. Da blutet jedem das Herz. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt ruft er gerade über, über, über WhatsApp an. Warte mal, ich mach mal, ich mach mal da. Mach mal da. Ja, Hauke, was, was ist mit dein? Mein Rechner ist im Arsch. Der ist offenbar, ist der, ist der Lüfter des Laptops irgendwie verdeckt gewesen und das Ding hat diese Temperatur von der Kernschmelze und ich habe das jetzt erstmal rausgeholt und, äh, er qualmt halt auch ein bisschen.